Musik Plötzlicher Verlust, Ratschläge zur Schmerzbewältigung Niemand ist darauf vorbereitet, eine geliebte Person zu verlieren, deshalb kann die Reaktion unvorhersehbar sein. Lass deine Gefühle frei und weine, wenn notwendig. Im Laufe des Lebens durchqueren wir unendlich viele Momente der Heiterkeit, des Glückes, der Schwäche, der Verzweiflung und der Traurigkeit. Meist sind wir nicht auf schmerzhafte Momente vorbereitet, insbesondere wenn es sich um den Verlust einer geliebten Person handelt. Wir müssen zuerst lernen, uns von diesen schmerzhaften Situationen zu befreien und die für uns so wichtig Person gehen lassen. Es gibt verschiedenste Ereignisse, die Verlustgefühle auslösen können, bei Kindern ein Schulwechsel, die Trennung der Eltern, der Verlust der Arbeit, Distanz zu den geliebten Menschen und so weiter. Der Tod eines geliebten Menschen ist am schwierigsten zu überwinden. Wahrscheinlich sind die verschiedenen Etappen der Trauer oder des Schmerzes jedem bekannt. Diese erklären den natürlichen Prozess und bestehen aus folgenden Gefühlszuständen. Verneinung Die Person glaubt nicht an die Situation oder akzeptiert sie nicht. Zorn Die leidende Person spürt große Wut auf alles, das mit der verstorbenen Person zu tun hat. Überwindung Langsam beginnt man zu verstehen und versucht, eine Lösung zu finden. Trauer In dieser Etappe wird man sich über den Verlust eindeutig bewusst. Es ist die schwierigste Phase. Depression Diese kann lange anhalten und ist schwer zu bewältigen. Akzeptieren Die Depression lässt nach der Alltag kehrt langsam wieder ein, auch wenn die geliebte Person nicht mehr da ist. Es gibt Fälle, in denen diese Etappen in einer anderen Reihenfolge ablaufen. Dies ist jedoch mit einer Treppe vergleichbar. Jede Etappe ist eine Stufe, die überwindet werden muss, um Schritt für Schritt voranzukommen, bis die Trauer akzeptiert und überwunden wird. Auch wenn man immer an die geliebte Person denken wird, klingt der Schmerz allmählich ab. Die Zeit heilt viele Wunden, trotzdem möchten wir ein paar Ratschläge für diese schwierigen Situationen geben. Spricht dich aus. Es ist normal, an einem Tag Zorn zu verspüren, es am nächsten zu akzeptieren und dann wieder einfach nur weinen zu wollen. Wir sind an dieser Situation, eine geliebte Person zu verlieren, nicht gewöhnt, deshalb sollten alle Gefühle frei ausgesprochen werden, egal welches Gefühl aufkommt. Diese in sich zu verstecken, bringt nur emotionalen und körperlichen Schaden. Wir alle wissen, wie ein Körper und Geist miteinander verbunden sind. Schreib eine Liste mit all den guten Dingen des Lebens In dieser depressiven Phase kann das Leben sinnlos erscheinen. Negative Gedanken kommen immer wieder auf. Deshalb kann es von großer Hilfe sein, täglich all die guten Dinge des Lebens aufzulisten, den Lebenspartner, Job, Kinder, Geschwister, Eltern, Freunde und so weiter. Siehe das Glas halb voll und nicht halb leer und du wirst feststellen, dass auch wenn die so sehr geliebte Person nicht mehr da ist, du von vielen Menschen und Dingen umgeben bist, die dich glücklich machen. Entferne dich in diesem schwierigen Moment nicht von deiner Familie und deinen Freunden. Sie werden dir die Zuneigung, die du brauchst, geben. Spreche dich aus, rede über deine Gefühle. Wenn es nötig sein sollte, kann ein Psychologe eine gute Lösung sein, da er zuhören wird und helfen kann, den Schmerz zu überwinden. Versteck dich nicht in der Bitterkeit. Es gibt Extremfälle, in denen das Leid viele Jahre mitgetragen wird. Dunkle Kleidung, Abkapselung und Flucht vor gesellschaftlichen Begebenheiten. Dieser Teufelskreis sollte vermieden werden, denn ausgerechnet der Freundeskreis kann als Ablenkung und Rettung dienen, um nicht in das Loch der Depression zu fallen. Achte auf deine Gesundheit. Wer eine depressive Phase durchmacht, verliert oft jegliche Lust, hat keinen Hunger, verbringt schlaflose Nächte und hat oft nicht einmal genügend Kraft, sich zu pflegen. Doch gerade in dieser Situation sollten weitere Krankheiten vermieden werden. Ernähre dich also gesund, versuche genügend zu schlafen, vermeide Alkohol oder Zigarettenkonsum und versuche, keine Beruhigungsmittel ohne ärztliche Verschreibung einzunehmen. Nochmals zur Erinnerung, wenn eine geliebte Person verstirbt, können sehr harte Zeiten folgen. Punkt. Doch mit der Zeit wirst auch du es schaffen, die Situation zu akzeptieren und den Schmerz zu überwinden. Punkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020